Aber wir machen das, wenn wir 2.500 Subs hier einfahren, dann schauen wir alle 60 Bud Spencer Filme mit und ohne Terrence Hill und ich mache mir gar nicht so große Sorgen, denn trotz des Sub-Gewitters heute sind wir erst bei 1.149, also du kannst noch ruhig schlafen. 200 mehr glaube ich, oder fast 200 mehr, seit ich das geboren habe. Indie DS9 hat auch nochmal 10 Abos rausgehauen, ich mache ein bisschen Sorgen. Komm, machen wir jetzt aus, reicht es? Es reicht jetzt, alles klar. Ordentlich was los, wir haben einen Hype-Train am Laufen, vielen Dank. Ich erwähne hier auch nochmal, ich habe das Plugin nicht drin, ich weiß jetzt nicht, wie viele Abos wir haben, dass der Herr Krabbeis und der Herr Waschko diese irre Idee hatten, wenn der Kanal 2.500 Subs hat. Ich habe mich da übrigens immer mit angesprochen gefühlt bei eurem Projekt. Ich würde dann, also wenn wir das hinkriegen, ich gucke dann mit. Und ich habe, glaube ich, nicht einen einzigen, doch, ich habe ein paar Bud Spencer-Filme schon mal gesehen, aber da war ich, glaube ich, noch ein Kind. Genau, 200.000 Subs dann gucken, der Herr Krabbeis und ich und vielleicht auch du, mal gucken, ob du mehr als einen durchhältst. Dann schauen wir alle Filme von Bud Spencer, der hat eine ganze Menge Filme gemacht, das wusste ich auch nicht. Insofern glaube ich nicht, dass das passieren wird, aber immerhin. Ich nehme, Gavin, ganz kurz was einwerfen, bevor du dich dazu äußerst. Kavspar David Niedlich, der Wortspielkönig im Chat, hat ein Anagramm zu Gavin Karlmeier recherchiert. Und das Anagramm zu Gavin Karlmeier lautet, vaginaler Imker. So, und jetzt bitte sag, was du sagen wolltest. Honig ist ein Naturprodukt. Okay, das kann man auch falsch verstehen. Wir bleiben ruhig, kaum. Wir stolpern hier so rein. Schönen guten Abend, der Alb der Perversheit treibt mich dazu, es auf gar keinen Fall zu machen, was uns die ganze Zeit gesagt wurde. Nämlich irgendwie, hallo Alexander, hallo Alexa, hallo irgendwas, wieder zu keuen. Einfach, weil ich es nicht kann, wenn zu viele Leute sagen, wir sollen das machen. Darum habe ich mir gedacht, machst du doch. Okay, was? Nein. Und wir werden auch heute den ganzen Abend Herr Horn und Herr Karlmeier sagen. Warum soll ich dich denn Herr Horn nennen? Nein, du nicht den richtigen Herrn Horn, da drüben. Ach so, da. Ja, hallo. Hallo Dennis. Scheiße, jetzt habe ich es doch gesagt. Hallo. 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 Er hat sogar 100% Bewertung. Der Untersetzer ist sehr stabil und glänzt. Sieht schick aus. Gefällt mir sehr gut. Ja. So nämlich. Und nicht anders. Immer noch vier, Chad. Ich kann es nicht fassen tatsächlich, für den Preis. Die ist auch noch da. Die Breakfast Show. Hier. Albert ist nicht so gefragt wie Robert. Robert, auch noch eine, Chad. Muss man reingehen. Ich sage, wie es ist. Guck, hier ist sogar Robert direkt. Hier ist direkt Robert auch mit eingeblendet in diesem Video von Payday 2. Komm ruhig. Das führt mich doch zu meiner ersten dramatischen Frage. Dirk, ist die Demokratie in Gefahr? Die ist permanent in Gefahr. Also es gibt ja Leute, die glauben, nachdem wir das geschafft haben, so nach dem Zweiten Weltkrieg und so, alles ist gut gelaufen und wir können uns jetzt quasi ausruhen darauf, dass alles so schön wunderbar und ruhig bleibt. Und wie es schon immer gewesen ist, ist das natürlich eine Lüge. Es war auch nie wunderbar und ruhig. Es gab immer Gefahren für die Demokratie von unterschiedlichen Seiten und von unterschiedlicher Brisanz. Das ist echt schade. Da sehen wir uns so selten und dann so ein Kack. Ja, 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 wie gesagt, soll ich im Chat bleiben? Oder erst mal unbedingt? Kann ja noch eine Stunde, beziehungsweise jetzt im Call. Nein, du musst im Chat bleiben, weil sonst ist der Toriumwort beleidigt. Solange es nicht beleidigend wird, kannst du gerne in den Chat schreiben, denn das gibt Chat-Aktivität. Das ist sehr gut, weil mit Chat-Aktivität ziehen wir andere Leute an wie ein Magnet. You're just making farting sounds with your mouse. No, but I could do that, actually. Wait. No, that... It's working. Why is he not, Digger? Why is he not? Wir könnten übrigens noch ankündigen, was wir machen, wenn zweieinhalbtausend Abos abgeschossen werden. Habe ich heute schon geschrieben. Wenn wir tatsächlich es schaffen, was wir nie schaffen werden, dass zweieinhalbtausend Subs, also Abos, kostenpflichtig Abos für diesen Kanal abgeschlossen werden, dann haben Alexander und ich gestern beschlossen, dann schauen wir alle Bud Spencer-Filme. Mit euch. Ach was. Ja, genau. Es bleibt optimistisch bei euch. Ja. Aber sowas von. Ich werde über die Sendung twittern. Xen. Xiten. Ah. Oder C. Der hat sogar, guck mal, der hat das alte Twitter-Logo. Das alte Twitter-Logo. Und das neue. Die restlichen Player-Slots nur mit NPCs aufgefüllt. Egal welchen Modus man hat. Wie heißt das Slogan jetzt? Blaze of Glory? Was? Blaze your glory. Blaze your glory. Blaze your glory? Was ist das? Das ist die neue Techline. Das ist die neue Techline von X. Wenn du in den App-Store gehst und dann suchst du die App X, so, und dann hat, also jede App hat immer unten drunter noch so einen kleinen Claim oder irgendwie sowas, oder Spruch, irgendwas. Die App für sowieso. Und bei X steht einfach drunter Blaze your glory. Kann mir jemand bitte das Wortspiel erklären, oder ist es keins? Es gibt keins. Nein, das ist einfach sehr schlecht. Lass deinen Ruhm leuchten. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-was? Chat, ich mache euch kurz mal Musik an. Ich muss pinkeln. Ich mache mir einen Tee. Ihr könnt pinkeln. Wir machen einen Tee. Und dann gucken wir uns das hier weiter an, ja? Ich bin sofort wieder da. Bis gleich. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. 23.08.1987. Ein Sonntagskind. Um 2.25 Uhr geboren. 3.730 Gramm schwer. 56 Zentimeter groß. Und der Kopfumfang betrug 35 Zentimeter. Du warst ein sehr aufgewecktes Baby. Warst sehr neugierig. Ein ganz liebes Kind. Vielen Dank, Mutti. Habt ihr auch ein paar Randinformationen zu meiner Geburt, ja? Wollt ihr noch Kontonummer oder so wissen? Ja, vielleicht Perso noch. Das hat deine Mutti geschrieben, ja. Das hat meine Mutti geschrieben. Das ist spannend. Okay, dann, also. Dann muss ich mal, also ich muss mit der Marketingabteilung reden. Dann muss ich noch mal mit der Öffentlichkeitsarbeitsabteilung reden. Das Problem ist ja, glaube ich, sogar noch ein bisschen tiefer gehender. Es gibt ja auch große kulturelle Unterschiede, die einfach auch über die Gesetzmäßigkeiten hinausreichen. Also zum Beispiel, dass wir, du hast zwar gerade den Begriff Meinungsfreiheit benutzt, aber die Amerikaner sprechen ja von Freedom of Speech, also von der Redefreiheit. Ey, Meinungsfreiheit! Das Chatrecht umfasst das Grundrecht auf Schutz der befriedeten Chat-UserInnen in unserem Chat. Verfügungsberechtigte ModeratorInnen können einvernehmlich bestimmen, ob nicht gesellschaftsfähigen Chat-UserInnen der Zutritt oder die Chat-Interaktion nach Paragraf entdummendig verwehrt wird. PS zusammenfassend, lösch dich. Kleines Update zu Daniel vielleicht, weil die Frage während des Streams vielleicht auch aufkommt oder ihr euch fragt oder auch nicht fragen wollt. Im Discord hat ja Daniel auch ein Update abgegeben und es geht in den Umständen entsprechend. Die Entzündungswerte, die müssen noch eingestellt werden, damit er operiert werden kann, was sich jetzt noch über einen Monat wahrscheinlich hinzieht. Schreibt einfach in die Breakfast-Show-Kategorie auf Discord, wenn ihr Fragen an Daniel habt, der beantwortet euch das ansonsten. Oder gibt er auch ein Update, wenn es näher zur Operation kommt oder wenn die Operation vorbei ist. Das entscheidet er dann, wie er das für am besten hält? Dass wir noch ein Jahr zugucken, bis ihm die finanzielle Situation das Genick bricht. Dass Linda Iaccarino da irgendwann keinen Bock mehr drauf hat, dass ihm die Arbeitsrechtsklagen um die Ohren fliegen, die regulatorischen Vorgaben. Und er ist irgendwann für 10 Milliarden an irgendwen anderen verkauft. An Yahoo. An Yahoo. Weißt du, die scharren schon mit den Hufen. An Barentrump. An Holzbrink. An Holzbrink. Platschi, frag nicht, willkommen bei uns. Wie frag nicht? Ja, wir haben halt viele Formate und gar nicht so viele Formate. Ihr wurdet im Zusammenhang mit Finanztipps und psychologische Eigenschaften, Eigenarten empfohlen. Also Finanztipps, glaube ich, schwierig. Glaub ich, Finanztipps, hast du ein Sparschwein? Falls nicht, schaff dir eins an. Und wenn du unnötige Spiele kaufen willst, füllen wir rein. Oder leg einfach Geld unter Kopfkissen. Ich habe gehört, das vermehrt sich dann irgendwann. Weiß auch nicht. Also das gibt es hier in Finanz... Warum denn Finanztipps? Hä, wer macht denn hier Finanztipps bei uns? Die einmalige Startgebühr, das sieht man hier nicht, weil die Cam drüber ist, ist 499,99. Schnapper. Das ist halt geschenkt. Weil im Nachgang machst du ja 10.000 Euro im Monat. Sei der Magnet. Von diesem Video kam es dann endlich zu dem Punkt, wenn du eine kleine winzige Startgebühr... Ach, hör doch auf. Plus für 100. Also. 1499. Immer noch schnapper. Wenn du bedenkst, dass du danach 10.000 Euro mindestens auch machst, weil du der Magnet bist, dann ist das doch geschenkt. Chat, sind wir mal ehrlich. Macht solche Kurse nicht. Bitte nicht. Lasst euch nicht verarschen. Von mir aus stellt euch selbst vor eurem Spiegel und schreit, ich bin der Magnet. Ich bin geil. Ich schaffe das. Macht das. Weil mehr kriegt ihr da auch nicht geboten. So, wer hätte gedacht, wir wahrscheinlich, dass wir mit Corona noch einmal zusammensitzen und ich habe ja so ein bisschen die Sorge, das wird nicht das letzte Mal sein. Wie ist das denn jetzt so bei dir, Carsten, wo Corona vorbei ist? Ich habe ja noch einen Nebenjob als Forscher und konnte mich in den letzten Monaten ehrlich gesagt mal wieder der Arbeit widmen und konnte mal ganz andere Sachen wieder machen, die ich vor Corona auch viel mehr gemacht habe. Aber wie du sagst, aktuell, letzte Woche und diese Woche merken auf einmal wieder viele Leute und Leute meine ich Medien, Reporter und andere, auf einmal, dass Corona doch noch nicht vorbei ist. Und deshalb kommt es aktuell wieder ein bisschen mehr mit diesen Medienanfragen auch wieder. Ich habe irgendwie den Impuls, Faxen zu machen, weil das so stringent ist. Ja, das ist ganz interessant, aber es ist so, weiß ich auch nicht, ich möchte den jetzt stören, diesen Sprecher, der so nur vor sich hin brabbelt. Was ist denn das für eine Type? Das ist ein bisschen wie ein Selbstgespräch. Ja, ist auch ein bisschen aus der Nase weiß, glaube ich, der redet. Oh, der Pierre ist da, Chad, der Pierre ist da. Chad, guck mal. Das ist wie, wie, oder? Wie vom Dönerladen. Hä? Guck mal, Chad, das ist wie vom Dönerladen. Alter, hier wird man ja voll verwöhnt. Jetzt habe ich auch noch Backsachen bekommen. Ist das von deiner Freundin? Je nachdem, ob es schmeckt oder nicht. Je nachdem, ob es schmeckt oder nicht, ist es von deiner Freundin. Alter, was? Hä? 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 Wie geil! Hä, was? Hä, was? Hä, den hast du doch aus Deutschland mitgebracht. Erzähl doch nichts. Ich bin kurz rübergeflogen. Ich muss es machen, wie es der Marcelo auch gesagt hat. Es gibt dann die Zeitpunkte, an denen ich mich ins Private zurückziehe, indem ich den Rechner anschalte, No Man's Sky hochfahre und dann erst mal zwei Stunden durch die Galaxis treibe, weil ich sonst durchdrehen würde. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem es dann wirklich bei mir die Grenze gezogen wird, um meine geistige Gesundheit zu bewahren. Das passiert leider in den letzten Jahren immer häufiger, liegt vielleicht auch darin, dass ich älter werde. Ja, deswegen hast du auch nicht gehört, dass ich eigentlich die Pia gefragt habe, aber es war eine sehr, sehr schöne Antwort. Entschuldigung. Nein, es war, es war, es war, es war eine super, nein, es war eine, ich entschuldige mich bei Pia, nein, ich entschuldige mich jetzt bei Pia, es tut mir leid. Na gut. Die Sache ist, ich habe auch nur ein Ia gehört und ich wusste nicht, ob Tomi ja oder Pia gesagt hat. Oder Diak. Diak. Ich sage jetzt gar nichts. Oder Machialo. So, ich zitiere Husos und als Entbannungsantrag ich zitiere Husos. Eins in den Chat für gebannt lassen, zwei in den Chat für Entbannung. Fehlt ein bisschen Kontext. Was für Kontext? Was für Kontext? Die Person schreibt Husos. Was willst du denn da für einen Kontext haben? Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. We make our Chate Kret vor allem Kret. Das wäre Kret. Willkommen to the Wildbikes. Island Show as well. Yes, yes. We make our Chate. Was ist denn los? Wetten, dass Steffen es schafft, diesen Satz jetzt fehlerfrei vorzulesen. Die Wette gilt. We make our Chate Kret again. Vote for Wildmikes. Ist das gut? Können wir das lassen? Du bist beeindruckend. Du bist so leicht zu fassen. Du beeindruckst mich. Ja, gern geschehen. Auf verstörende Art. Kriegen wir sie ins... Da. Yes, Mimbutzki. Ja. Guck mal, direkt. Da ist sogar Adam unscharf. Wer mit Mimbutzki im Bild ist, ist sogar Adam unscharf. Ich sag, guck mal, wie scharf gestellt. Frechheit. Das ist ja voll die Ankündigung. Darf ich noch eins sagen? Ja. In dem Chat gerade gesagt wurde nur, die Bild wird immer noch zu viel gekauft. Die haben starke Rückkauf. Die Druckauflage der Bild geht seit Jahren brutal in den Keller. Ganz schlimm. Ja. Also ganz massiv. Also die Zeiten, wo jeder die Bild hatte beim Frühstück, die sind auch schon vorbei. Deswegen setzt der Springer sehr stark auch auf diese Digitalisierung. Haben es mit Bild.TV versucht. Das ist ziemlich in die Hose gegangen. Aber die Online-Webseite von Bild wird tatsächlich relativ stark genutzt. ist also mehr der zentrale Vermittlungs-Day. Die klassische Print-Zeitung ist auch in dem Bereich eigentlich ein Auslauf. Also das war schon wild. Das war schon wild. Also das nächste Mal, glaube ich, brauche ich für die Sendung Med. Tommy, kannst du was? Tommy? Tommy? The Mountain. If the mountain seems too big today, then climb the hill instead. If morning brings your sadness, it's okay to stay in bed. If the day ahead feels heavy and your plans feel like a curse, there's no shame in rearranging. Don't make yourself feel worse. Vielen Dank. Die Entscheidung über das Jugendwort des Jahres geht in die nächste Runde. Natürlich. In diesem Jahr könnt ihr aus den folgenden Top Ten wählen. Auf Lock. Auf Lock. Der Begriff Auf Lock wird als Aufforderung verwendet, um die Dinge etwas lockerer beziehungsweise entspannter anzugehen. Ich übersetze. Jugendsprache ist, kommt man nicht so klar. Ich lese euch das vor und ich bringe euch die Jugendsprache hier ein bisschen näher. Der Boomer bringt euch die Jugendsprache näher. Was kann besser sein? Darf er so? Darf er so. Drückt Verwunderung und Erstaunen darüber aus, wenn jemand etwas Provokantes beziehungsweise Dreistes oder Mutiges sagt oder getan hat. Könnt ihr ja bei mir dann dauerhaft verwenden. Digga. Bitte nicht. Bitte nicht. Digga. Der Begriff wurde bereits in den 90er Jahren geprägt und ist ein Synonym für Kumpel beziehungsweise ein Freund. Auch in den letzten beiden Jahren stand der Begriff zur Auswahl für das Jugendworte des Jahres. Alle guten Dinge sind drei. Goofy. Ich glaube, Goofy macht es. Ich glaube, die Social Media Plattform und Twitch und haste nicht gesehen, ist sehr stark. Also ich habe das so am Rande mitbekommen und Goofy wird irgendwie super gepusht von sehr vielen InfluencerInnen. Und Goofy bedeutet, der Begriff Goofy wird Synonym für komisch, tollpatschig oder weird verwendet. Kerl in. Kerl in. Ebenfalls eine Anrede für einen Freund ist der Begriff Kerl in. Diese wird allerdings eher in maskuliner Form verwendet. Sein Ursprung hat das Wort in der Netzwelt in Anlehnung an das Mittwoch-Meme. Es ist Mittwoch, meine Kerle. War, wenn wir uns erinnern, es ist Mittwoch, meine Kerle. Auch letztes Jahr, glaube ich. NPC. NPC. Der Begriff NPC kommt aus dem Gaming-Bereich und steht für Non-Player-Character. In der Jugendsprache wird der Begriff abwertend für vermeintlich unwichtige Menschen benutzt. RIS. RIS. Der Begriff RIS bezeichnet hier Eigenschaften, mit der jemand andere Menschen schnell und einfach rumkriegen kann, beziehungsweise charmant zu sein. Verwendet wird der Begriff vor allem für Männer, die gut flirten. Sight Eye. Sight Eye. Auf Deutsch übersetzt bedeutet Sight Eye Seitenblick. Der Begriff wird genutzt, um Verachtung und Missbilligung auszudrücken. Wo kommt das her alles? Sleigh. Sleigh. Ebenfalls erneut zur Auswahl steht das Wort Sleigh. Verwendet wird der Begriff als Ausdruck der Bewunderung. Sprich, wenn jemand selbstbewusst aussieht, handelt oder etwas Spektakuläres macht, beziehungsweise erreicht. YOLO. YOLO. Ein weiteres Comeback feiert das Wort YOLO, welches bereits das Jugendwort 2012 war. Hä, warum kann das nochmal gewählt werden? Das ist ja wie beim Eurovision Song Contest, dass da jeder irgendwie nochmal antreten kann und gewinnen kann. YOLO bedeutet wörtlich You Only Live Once und wird als Aufforderung verwendet, Chancen zu nutzen, beziehungsweise Risiken einzugehen. YOLO. Komm. Die Abstimmung für die Top 3 läuft bis zum 13. September wie immer auf der Website des Langenscheid Verlags. Wahnsinn. War YOLO nicht mal Jugendwort des Jahres 2012?